Welche Folgen hat der bittere Unfall, der sich am Donnerstag am Set des Westernfilms Rust zugetragen hat, für Elec Baldwin, 63? Der Schauspieler hatte im Rahmen der Dreharbeiten eine Requisitenwaffe abgefeuert, die zündete viel und gab einen Schuss auf den Regisseur des Films, Joe Sosa, und Kamerafrau Halina Hutchins ab. Letztere erlag ihren Verletzungen wenig später. Kann Elec für diese Folgen seiner Handlung in irgendeiner Weise belangt werden? Anwalt Alexander Stevens erklärt gegenüber BILD, im Grunde ist das Recht in den USA ähnlich wie in Deutschland, theoretisch wäre eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung bzw. fahrlässiger schwerer Körperverletzung möglich. Allerdings passiere das nur dann, wenn Elec ein Fehlverhalten vorgeworfen werden könne. Das ist höchst zweifelhaft. Denn er musste kaum damit rechnen, dass sich in einer Requisiten-Pistole am Set scharfer Munition befinden würde, so Alexander Stevens weiter. Auch finanziell kommen wohl höchstwahrscheinlich keine großen Folgen auf den Hollywood-Star zu. Grundsätzlich gibt es dafür Versicherungen, die bezahlen, wenn es sich um Fahrlässigkeit handelt, erläutert der Jurist. Tipps für Promiflash? Einfach e-mail n-tips-at-promiflash.de